Ich wähle Hans-Oliv Vogt, weil er eine kompetente Persönlichkeit ist. Er ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich. Er weiss, wie Gesetzgebungen in unser Leben eingreifen, in die unternehmerische Freiheit eingreifen. Und er weiss eben auch die Bedeutung des Werkplatzes und des Finanzplatzes Zürich. Er weiss, was für Gesetze es braucht, welche Massnahmen es braucht, und vor allem, dass es auch weniger Gesetze braucht und weniger Regulierung, damit wir den Kanton vorwärts bringen, letztendlich zu Gunsten von Unternehmungen, von Gewerben, aber auch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die angewiesen sind auf gute Arbeitsplätze und auch auf gute Ausbildungsplätze.